Hallo, 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 weiter geht's mit dem Blair Witch Game. Willkommen dazu, ich bin der Lars, ich grüße euch. Und Bulle hat was gesehen, was böses scheinbar. Ähm, ähm. Was zur Hölle passiert hier? Auf jeden Fall im Laub ist Damage, beziehungsweise kann es Schaden machen, diese Dinger, die sich drehen. Ich will folgen einfach Bullet, warte. Oh, warte, warte, stopp. Ja, ich warte kurz, bis dieser komische Ding hier vorbeigeht, dieser Tornado im Laub. Ich bin auch schon da, mein junger Freund, bleiben Sie bitte ruhig. Was passiert denn hier gerade? Eins, zwei, drei, los, gib ihm. Zack, 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 zack. Autos brennen hier, gerade sind Mörser von oben runtergefallen. Wo ist der gelandet? Ja, Bullet, ich warte, okay. Hier macht der Wegweiser, alles. Okay, let's go. Gau, 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 Go, Gau, Gau, come, 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 mit Junge! Holy Shit, das war knapp. Oh, da ist den ersten gelandet. Okay, und go. Durch, 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 schnell, 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 sehr schön. Und weiter. Oh, jetzt werden wir noch beschossen. Was, dis geht die agiert an? Foto mitnehmen, von Bart, Bart Simpson ist auch am Start und weiter, Bulle ist schon, Bulle bleibt bei mir, bleibt bei mir, wird abgeschossen. Das geht hier ab. Jetzt ist dieses komische Feuerfeel, glaube ich, wieder da. Ich lauf mal durch. Tschüssi. Ja, da ist es wieder. Oh, es hat mich getroffen. Siehst du das, Bulle? Ich sehe es nicht, da. Oder? Wo ist es? Verschwinde. Verschwinde, kommen die wieder. Wir müssen weiter, glaube ich. Ja, wir sollten weiter. Ich hoffe, jetzt kommt nicht das Feuerfeel noch, Mörser und Feuer und Geschütze und alles. Das war gerade der Sonne einfach weg, warum auch immer. Einfach durch, let's go. Er ist gerade sehr abgedreht, bis er abgeht. Ähm, okay. Jetzt sind wir in der Gasse irgendwo. Hier sind wir. Halt! Halt! Kau mal. Kau mal. Nein! Du bist nicht... Nein! Alex! Alex! Jesus. Alex! Halt! 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 Nein! Ja, 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 ich kann's! Bullets? Bullets? Dinge würden anders sein, wenn du... All das würde nie fliegen. Ich würde nie fliegen. Da hat jemand ein Trauma. Ein richtig krasses. Und ich glaube, diese Viecher im Wald, diesen verzauberten Wald, wie auch immer, die machen sich das Ganze zu nutzen, damit er durchdreht. Good boy. Good boy. Ich hoffe, dass du okay bist. Das ist schon wieder krass gewesen gerade. Der Krieg ist schon krass. Es sind geile Bilder, geile Effekte, aber es ist nicht der ultimative Horror, ne? Das muss man leider sagen. Es ist halt ein Horrorgame. Also es soll ein Horrorgame sein, aber ich weiß ja nicht. Das ist schon... Schon krass. Moment. Hier als gute Seele muss ich mal eben hier jemanden gute Nacht wünschen. So, weiter geht's. Hei, hei, hei. Oh. Hast du was gefunden, Bullet? Oh, schon wieder ein Foto. Dankeschön. Ja, kein Name drauf, doch. P-Pramson Claw? Keine Ahnung. Kann ich nicht. Ich frage mich, was die ganzen Fotos zu bedeuten haben. Ob das die ganzen Namen sind von den Typen, die alle gestorben sind. Im Krieg, seine Kameraden. Aber die Hunde magen sicherlich. Aber vielleicht auch die Fotos? Ich weiß es nicht. Das ist doch auch ein... Militärfahrzeug. Jetzt ist es weg. Ähm. Das sah aber nicht danach aus, als es müsste das so. War das jetzt ein Bug? Keine Ahnung, ist es weg. Es sah akrobisch aus. Nicht so wie Zauberei, sondern wie weg. Fuck. Ja. Wir müssen einen anderen Weg finden. Ah, diese komischen Dinger haben immer noch auf den Boden. Was das auch immer ist, das ist halt einfach da. Es dreht sich. Bleiben Sie ruhig, Bullet. Ich bin nicht so schnell. Kleiner Hundi. Hm. Wo müssen wir hin? Camp A. Bullet? Du bist wegweiter, wo müssen wir hin? Tja, ja gut, wir können ja hier eh nicht lagen, also müssen wir eh links, also gibt es ja sonst keinen Sinn, ne, weil durch diese coolen Viecher können wir ja nicht. Ja, das sind Eisenbahnschienen. Wo sie hinführen. Ja, das wollte ich gerade eben ausprobieren, aber Bullet hat gesagt, nein. Computer sagt nein, weil da war gerade irgendwas, da hat da gerade jemanden, nein, das war nur ein Busch. Alter. Okay, willkommen zurück im Wald. Ich habe empfangen, ich kann meine Nachricht abhören. Wo war sie denn nochmal? Du hast eine neue Message. Sierra, Hotel, Echo, Inferno, Slaughter, Application, Ah, ist klar, läuft. Das wollte ich hören. Wer hat das nicht gerne auf seine Sprachnachricht, auf seine Mailbox. Was knarrt es denn hier die ganze Zeit? Ich denke die ganze Zeit, ist das hier im Hintergrund irgendwo? Nein, das ist im Spiel. Hört sich voll komisch an. Ich habe eine Nachricht. Noch eine Sprachnachricht. Ja Bulle, bleib ruhig. Nachrichten. Handy ist wichtiger als andere auf dem Leben. Du hast eine neue Message. Wo ist er? Was hast du ihm gemacht? Es ist alles wegen dir. Ich wusste es. Ich wusste es immer. War das diese komische Jazz? Keine Ahnung. Dann ist eine Brücke scheinbar. Oder ein Weg in einen Berg. Nein, das ist kein Berg. Das muss eine Brücke sein. Ja. Anderes kann ich mir hier nicht vorstellen. Das ist eine Brücke. Ist das die Brücke, die letztes Mal kaputt war? Wo wir hier waren? Oder ist das die andere Seite? Dann haben wir gegen dieses Feuerflieh gekämpft. Und dann sind wir noch weitergelaufen. Da waren noch die Schienen. Und dann ging es ja nicht weiter. Wisst ihr noch? Den Sicherheitskasten. Damit wir noch nichts machen können. Hiermit können wir auch nichts machen. Was haben wir hier? Irgendetwas Tolles? Nein, da komme ich nicht mal hin. Ja, Bulle, ich bleib ruhig. Was ist da hinten? Ein Minen... Äh, ein Schienenfahrzeug. Die Frage ist, was können wir nicht machen? Schau mal, kann man damit fahren? Nicht noch irgendwas, was wir brauchen? Nö. So, Triebwagenmodell TF2153C hergestellt von Blablabla, Richtungshebel, Blablabla, vorwärts zurück. Ja, das ist natürlich jetzt interessant. Das kann ich nicht sonst. Vorwärts, rückwärts, Start, Stopp, Gas. Erstmal anmachen, ne? Ach, die Handbremse. Tja, dann fahren wir ein bisschen Zug. Mit so einem Waggon-Ding hier. Mit so einem Schienenfahrzeug. Warum denn nicht? Wir ohne Minecraft. Keine Scheiße. Lalalala. Ich fahr gerne hier mit. Let's go, Bullet. Natürlich wunderbar vorher gebremst, so wie ich das gehört. Alter, was ist denn hier? Was ist denn hier los? Was ist das? Das ist befestigt an diesem Ding hier. Das kann ich bestimmt damit irgendwie wegziehen. Was ist auch immer. Ist irgendeine Seilbinde oder irgendein Scheiß. Hier ist ein Motor. Dann, äh... Ich wollte gerade sagen, Reaktor. Ich fahr das Ding mal eben kurz zurück. An welches Spiel erinnert mich das mit so einem Minenfahrzeug? Doch, auch Outlast. Ne, Outlast 2, glaub ich. Was ist denn immer automatisch die Handbremse drin? Was ist denn hier verkehrt? Automatisch Handbremse braucht kein Mensch. So. Bremsen. Licht kann anbleiben, aber bestimmt Licht. Dann, das umstellen. Zeigen wir's, du kannst, Junge. Zieh dran. So, jetzt sollten wir auf jeden Fall... Einfach links weiterfahren. Können wir ja auch. Ich guck mal kurz, ob wir vielleicht doch... Ich weiß, es war ein Lockerung hier. Ich durfte, die Permitze in den 60er Jahren. Das ist älter. Vielleicht erst später wegbekommen. Wir werden es sehen. Oh, ein Tape. Das ist immer gut. Ein Hinweis. Die Maschine. Die Maschine. Die Maschine. Untertitelung des ZDF, 2020 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 der muss jedoch finden aber an sich für mich keinen sinn ergeben weil ich ja dahin spulen kann wo die normalerweise da wird jetzt sind ja noch da ich mache quasi die pause wurde die barzahl ganz hoch ist das kann natürlich auch sein leute das werden wir alles beim nächsten mal erfahren denn das war es von diesem part schon wieder wenn es euch gefallen lasst auf jeden fall ein like da und aktiviert die glocke für mehr videos jeden tag blair wird selbstverständlich haufen super nice boys bis zum nächsten mal reingehauen und kruise vom bullet bis dann tschüssi